Jetzt tue die Ohren aufmachen und ich erzähle euch, wie ich ihm das erste Mal begegnet bin. Auch genau. Ich sag dir, das ist das Seltsamste, was du oder ich jemals erlebt haben. Wow. Wieso tust du das? Weil ich glaube, dass du imstande bist, die Welt zu verändern. Kannst du mir versprechen, dass ich zurückkehre? Nein. Große Gefahren, mystische Orte, finstere Wesen, gespenstische Kreaturen, heldenhafte Legenden, übersinnliche Kräfte, unerwartete Begegnungen und ergreifende Augenblicke. Hiss mich, du Spinne. Fantastische Filme im November auf Teleclub Cinema. なん 1974, wie ich lese habe. Auch bei euch, ich möchte das nicht mehr, dass ich dich erste Mal bin. Aber ich möchte euch, ich möchte, wenn es ein bisschen antsf omega, West Prozent nach Eust.